Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder Epoxy Tarts und ihr seht schon, ich habe zwei Formen dastehen, weil ich tatsache was Neues ausprobieren wollte. Ich glaube, eine Form hätte jetzt auch gereicht, aber zwei Formen sind schöner. Und das sind diese typischen Schalenformen, die, glaube ich, jeder irgendwie schon mal gesehen hat, viele mit im Zusammenhang vom Raisin, also diesem weißeren Pulver oder Aquacast oder, weiß ich nicht, gibt es noch so, oder Jasmonite, irgendwie ganz viele Sachen. Aber ich finde die Form tatsächlich auch sehr schön und wollte sie jetzt eben zusammen mit dem Epoxy Tarts nehmen. Und diesmal zu Anfang mische ich jetzt, da nehme ich euch einfach auch mit, und es ist einfach eine ganz kleine Menge bloß, die ich brauche. Ich möchte nämlich heute die Form in so einer Art Tropfenform machen. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Ich habe das irgendwo auf TikTok gesehen, dass jemand das gemacht hat und da kam mir so die Idee. Es wurde jetzt nicht gezeigt, wie es gemacht wird, und deswegen bin ich sehr gespannt gewesen. Ich kann es vorwegnehmen, es funktioniert, zumindest für mich. Ich finde es ganz schön. Und ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist auf TikTok, sonst hätte ich es jetzt hier mit angegeben. Aber ich finde den Effekt wirklich sehr, sehr schön und dadurch will ich euch natürlich daran teilhaben lassen. Ich habe jetzt für mich irgendwann, ich hatte das Bild, das Ergebnis schon mal bei mir auf WhatsApp geteilt und bei Freunden, Bekannten, Familie. Und da kam dann so die Idee, ach, ist das eine Seifenschale? Das heißt, ich werde das wahrscheinlich noch mal in einer Seifenschale probieren. Ich habe ja so viele Seifenschalenformen, weil ich halt eben auch immer wieder mal feste Seifen nutze, nicht mehr ganz so oft. Ich bin da so ein bisschen auch wieder weg von. Und das einfach, weil es manchmal einfach schwieriger ist. Man muss es da sauber machen. So kauft man sich halt oft zum Beispiel auch. Ich habe sie viel fürs Gesichtsreinigen genommen, die Seifen. Und die Seifen sind super. Ich mag die wirklich sehr. Aber wie gesagt, manchmal ist es einfach nur doof. Aber gut, ich mag die Seifenformen trotzdem unglaublich gerne und werde die da auch weiterhin nutzen. Und ja, deswegen jetzt hier erstmal eine kleine Menge und habe da so ein bisschen jetzt so vor mich hingewurschtelt. Ich muss dazu sagen, irgendwie mit diesen großen Containern vom Epoxidharz, es ist nicht meins. Aber gut, die werden auch wieder alle gehen. Klar ist das Preis-Leistungs-Verhältnis besser, wenn man eine größere Packung kauft. Aber zum Händeln her finde ich die kleineren einfach viel, viel, viel angenehmer. Und ja, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel Gramm ich genutzt hatte. Ich glaube, ich bin nicht über 15 Gramm gekommen, glaube ich, insgesamt. Also sowohl, also ich glaube vom Harz hatte ich 7, 8 Gramm und vom Hertha dann eben auch 7, 8 Gramm. War also relativ übersichtlich, war trotzdem zu viel. Also man kann noch weniger nehmen, aber wie gesagt, das ist mit den großen Bottichen, ich kriege es schwer gehändelt. Und dementsprechend ist das dann auch okay so gewesen. Ich habe dann noch so eine kleine Form, ein bisschen was gemacht. Zeige ich euch auch zum Schluss. Ist jetzt aber, wie gesagt, jetzt gar nicht so das, wo ich jetzt sagte, ach ja, super. Und dementsprechend, ich habe versucht sehr langsam zu rühren. Also es ist auch in Echtzeit, ich habe nichts beschleunigt. Und weil ich eben nicht wollte, dass da so viele Blasen entstehen, wenn ich so rühre. Ich bin ja manchmal so ein schneller Rührer und dann kommen so viele, viele Mikrobläschen. Und habe es wirklich alles ein bisschen langsamer gemacht. Und damit ich halt eben nicht dann auf die Silikonform mit meinem Feuerzeug komme, weil ich mache jetzt eben die Tropfen erst zuerst. War das ein Satz? Ja, ich glaube schon. So, während ich noch rühre, kann ich natürlich sagen, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr euch gerne was wünscht, was ich gerne mal ausprobieren soll. Oder schreibt mir auch gerne rein, was euch gefällt, was ich vielleicht auch anders machen kann. Und dann bin ich unglaublich dankbar, wenn das auch reingeschrieben wird. Bitte immer mal auf den Ton drauf achten. Ich hatte auch schon, ich nenne sie jetzt mal Hinweise, weil ich nett bin, die aber einfach nicht nett waren. Die habe ich tatsächlich dann auch gelöscht, weil das werde ich nicht tolerieren. Und habe da also dann dementsprechend durchgegriffen. Aber ansonsten, ich freue mich unglaublich gerne über die ganzen Kommentare, wenn sowohl positiv als eben auch Hinweise. Mir hatte letztens einer was bei den Kerzen runtergeschrieben. Das werde ich natürlich nochmal rausprobieren, ob das funktioniert. Und da bin ich sehr dankbar. Das ist eine Community, die ich mir wünsche, dass man die einfach nutzt, um sich auszutauschen, was man anders machen kann, besser machen kann. Für mich sind meine Videos ja auch ein Zeigen. Auch wenn Sachen schief gehen, zeige ich sie ja trotzdem. Und das gehört einfach mit dazu. Also dementsprechend gerne einen Kommentar rein. Natürlich auch Daumen nach oben. Oder eben ein Abo. Ich freue mich da auch sehr drüber. Wir sind schon über 650 Mitglieder. Ich freue mich mega. Und dementsprechend, ja. Ansonsten, genau. Hier mache ich jetzt die Tröpfchen. Das heißt, ich habe es mit so einem Stäbchen eigentlich wirklich ganz vorsichtig diese Tropfen gemacht. Und ging ganz gut, finde ich. Man muss so ein bisschen darauf achten. Ich bin ja manchmal so ein kleiner Tollpatsch, der dann eben irgendwie das Ganze über das Ganze dann kleckert. Aber für meine Verhältnisse, finde ich, habe ich das wirklich super hinbekommen. Für meine Tollpatschigkeit. Habe sie dann auch so ein bisschen am Rand noch runterlaufen lassen. Ich finde, das sieht man jetzt nicht ganz so. Aber die Tropfen direkt auf der Fläche selber, finde ich, sieht man im Endergebnis auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und genau, diese Tropfen habe ich dann dementsprechend auch trocknen lassen. Ich habe sie jetzt nicht 24 Stunden lang trocknen lassen oder aushärten lassen, nennt sich das ja. Sondern habe es, weiß ich nicht, fand es vier, fünf Stunden. Da war es dann zum Grob so weit fest, dass es halt nicht mehr verlaufen ist, nicht mehr sich irgendwie hätte noch anders verformt oder so. Sondern einfach wäre bloß noch ausgehärtet. Und dann habe ich die nächste Schicht drüber gemacht. Und dementsprechend, ihr seht schon beim Epoxidat, ich will nur noch mal darauf hinweisen, weil ja viele immer so spontan sagen, oh, das will ich auch machen. Immer darauf achten, es müssen Handschuhe getragen werden, es muss eine Maske getragen werden. Einfach unglaublich vorsichtig. Das ist eine chemische Reaktion, die einfach wichtig ist zu beachten, dass man da halt eben nicht irgendwie was falsch macht. Und erkundigt euch, bei welchem Epoxidat ihr, welches ihr nehmt, was für Sicherheitsvorkehrungen noch getroffen werden müssen. Und ich habe in der Regel die Maske auf. Ich habe eine, also eine direkt dafür geeignete Maske. Ich habe das Fenster in der Regel auf. Im Winter finde ich es immer ein bisschen galt. Aber ist auch okay. Es sollte nicht in den Räumen sein, die ständig benutzt werden. Und also in der Wohnung. Und dementsprechend erkundigt euch, das ist unglaublich wichtig. Es gibt so viel zu beachten. Ich mache das jetzt seit drei Jahren und ich teste mich ja immer noch aus. Ich mache es eben nicht hauptberuflich. Viele machen es ja hauptberuflich, die unglaublich viel sich da austesten. Ich kann es nur am Wochenende. Mein Hauptberuf ist ein woanders. Und da bin ich aktuell auch so eingespannt, dass ich halt einfach schauen muss, wie ich immer auch für die ganzen Bastelvideos da bin. So, nach der Wartezeit, so sieht es jetzt aus. Da habe ich jetzt, wie gesagt, es können vier, fünf Stunden gewesen sein. Also einfach so ein bisschen gucken, wie schnell eben dieses, ich nehme ja Resin vor Dekor. Und da habe ich ein ungefähres Gefühl, wann man wirklich nochmal gießen kann. Da aber im Zweifel, falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, lasst es einfach 24 Stunden aushärten. Aber wie gesagt, da könnt ihr auch so ein bisschen schauen. Ich habe immer mal reingeschaut, wie funktioniert es am besten jetzt. Wir sind die schon ein bisschen fest. Und wie gesagt, nach vier, fünf Stunden habe ich dann eben weitergemacht und habe dann das Ganze wieder angerührt. Ich habe es jetzt alles ein bisschen schneller gemacht. Das Rühren selber werde ich tatsache wieder rausnehmen. Wie gesagt, falls ihr da gerne nochmal ein Video zu haben möchtet, dann sagt gerne Bescheid. Dann mache ich das selbstverständlich gerne und erzähle euch nochmal ein bisschen was dazu und nehme euch da einfach nochmal mit. Aber ansonsten geht es hier gleich weiter mit dem Gießen. So, und weil ich eben dachte, Mensch, der Effekt kommt bestimmt ganz gut, habe ich wieder meine Chameleon-Farben rausgeholt. Ich finde die so unglaublich schön. Die haben so einen schönen Schimmer. Also dementsprechend habt ihr da einfach ein unglaublich schönes Set. Wenn ich daran denke, verlinke ich euch die noch. Da gibt es natürlich auch andere. Da gibt es auch von etter Art gibt es welche. Aber ich finde, ich bin mit dem Set jetzt einfach komplett zufrieden. Und klar sind die Töpfchen sehr klein. Man denkt sich, oh, sehr, sehr wenig. Aber man kommt unglaublich lange mit hin. Normalerweise pinsel ich die auch ein. Es gibt auch Videos, wo ich es zeige mit diesen Luftblasenfolien. Und aber dementsprechend eigentlich reicht es sehr, sehr lange. Das ist Ausnahme diesmal, dass ich es tatsächlich auch mit reinmische, direkt ins Harz. Und habe mich auf zwei beziehungsweise drei Farben geeinigt. Weil ich dachte, dann kommt vielleicht so ein schöner Effekt einfach nochmal raus. Und habe beide Schalen auch unterschiedlich gegossen. Wie gesagt, ist alles ein bisschen länger, äh, ein bisschen schneller jetzt gestellt, damit es halt nicht ganz so lang wird. Und, äh, aber trotzdem eben, wie gesagt, ich schneide ungerne was raus, weil ich eben euch auch zeigen möchte, was mache ich wirklich letztendlich. Und, ja, ihr seht schon diesen wunderschönen Blauschimmer. Ich mag die Farbe sehr. Die ist für mich eine meiner Lieblingsfarben. Ich bin ja eh so ein Blau-Petrol-Grün-Typ. Äh, ich mag die Farben sehr, hatte jetzt auch, ähm, wobei grün noch gar nicht so lange jetzt so in meinem Leben drin ist. Ich habe letztens, äh, letztes Jahr war mein Kleid zur Hochzeit grün. Also nicht ich habe geheiratet, sondern, äh, ich war bei einer Freundin zur Hochzeit. Und, äh, mag mein Kleid immer noch sehr, auch wenn man nie weiß, wann zieht man es wieder an. Aber dementsprechend ist das eine schöne Farbe. Äh, und das andere, das ist so ein Gelb, Goldgelb. Und, ja, und ich habe so ein bisschen jetzt erstmal am Rand gegossen und in die Mitte kommt dann die andere Farbe. Und, äh, in der anderen Form habe ich es dann genau andersrum gemacht. Und, wie gesagt, habe es dann einfach so ein bisschen, äh, versucht irgendwie Unterschiede reinzubringen, aber eben trotzdem die gleichen Farben, weil ich eben auch schauen wollte, ähm, ist die hellere Farbe vielleicht, vielleicht mit den Tropfen besser zu sehen, als jetzt zum Beispiel die dunklere Farbe. Und, ähm, ihr könnt dann gerne selber entscheiden, welche, äh, Version ihr schöner findet von der Farbkombination in welcher Reihenfolge. Äh, ich finde beide, wie gesagt, sehr schön. Ich mag die, ähm, diesen Effekt sehr gerne und bin der Dame auf TikTok sehr dankbar, dass ich es sehen konnte und dementsprechend auch ausüben durfte. Wie gesagt, sollte ich irgendwie nochmal rausfinden, wer das gewesen ist, verlinke ich es euch nachträglich nochmal, aber aktuell weiß ich es leider nicht. Ich, ähm, hab null Schimmer mehr. Das ist auch keine, die, der ich jetzt gefolgt bin und dementsprechend, aber manchmal ist ja der Zufall dann doch da und dann kommt irgendwann wieder noch ein Video von ihr und dann kann ich es natürlich nochmal nachverlinken. Ansonsten, ich, auf TikTok folge ich ja ein paar, die eben so eine Sachen machen, aber halt auch viele, die so eine Andenken-Sachen machen, wo sie Fell oder ähnliches, ähm, mit verewigen. Und das finde ich natürlich trotzdem auch sehr, sehr schön. Äh, hier unten liegt übrigens die kleine Form, wo ich auch einen Rest reingemacht hatte. Da habe ich jetzt einfach dann auch noch was nachgegossen. Ergebnis zeige ich euch auch, aber wie gesagt, das ist gar nicht so der Hauptaugenmerk und dementsprechend ist das dann auch relativ, äh, entspannt, äh, ja. So, ich habe die Farben jetzt nochmal angerührt und, äh, gieße also dementsprechend nochmal nach, weil eben die Formen noch nicht komplett voll, äh, so wie ich sie haben wollte. Musste ich also nochmal nachrühren, was aber auch vollkommen legitim ist, ähm, auch wenn ich oft zu viel anrühre, Tatsache, äh, ist es halt eben fast normal, aber ich versuche es natürlich zu reduzieren. Ich will nicht so viel übrig haben, ich will nicht so viel, äh, Reste gießen machen und dementsprechend versuche ich da einfach ein bisschen mehr drauf zu achten, dass ich es halt nur so viel anrühre, wie ich es brauche. Und, äh, ja, dementsprechend, aber ich finde übrigens schon den Schimmer jetzt schon, wenn man so drauf schaut, mag ich diese Farben sehr, sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, gönnt euch die, äh, ich verdiene daran nichts, ähm, dementsprechend könnt ihr da auch auf den Link dann klicken, äh, wie gesagt, ich hoffe es, ich vergesse jetzt nicht, wenn ich dann das Video hochlade, das Ganze mit reinzuschreiben. Und, äh, solltet ihr da Interesse haben und ich hab's vergessen, bitte gerne nochmal einen Kommentar schreiben und, äh, mich darauf hinweisen, dann liefere ich das selbstverständlich gleich nach. Ich bin relativ schnell meistens beim Antworten, weil ich einfach unglaublich gespannt bin, wenn mir welche einen Kommentar hinterlassen, einfach weil ich das, äh, auch immer wieder schön finde, wenn jemand schreibt. Ja, und der Rest hier kommt in die kleine Form und, dann seht ihr schon fast gleich das Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt's genauso wie mir. Wie gesagt, ich find's mega und, ja, dementsprechend schauen wir einfach mal, was passiert und, wie gesagt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. So, und hier kommen jetzt die Ergebnisse. Ich hab euch diesmal auch mitgenommen beim Entformen. Ich bin ja manchmal so ungeduldig und dann vergesse ich die Kamera anzumachen, aber diesmal nicht. Äh, da ist dann diesmal das Entformen mit dabei. Wobei die Form noch relativ weich war, fand ich. Äh, irgendwie hat die nicht ganz so schnell ausgehärtet. Also, ich kann auf dieanged immer blöde. Sooo, ich kann hier es wieder auf 영화. Das ist nicht so cool, aber ich Quran wirklich um lira nach会ste Hilfe. Da ist erstmal zu ver. und hier seht ihr schon das Ergebnis wie gesagt, ich finde es mega, ich mag es sehr, lieb es und werde es bestimmt öfter auch jetzt nochmal machen vielleicht fallen mir noch andere Sachen damit ein die man damit machen kann und aber was denkt ihr, dunkle Farbe oder eher die hellere Farbe, was gefällt euch lieber, ich muss fairerweise sagen, mir gefällt das rechte besser aber wie gesagt, das ist immer Geschmackssache und ja ich hoffe, euch hat das Video gefallen ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag jetzt noch und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen und bis bald, tschüss bis bald, tschüss Vielen Dank.